jo leute was geht ab meine freunde und herzlich willkommen ich hoffe euch geht es gut mir geht es natürlich auch sehr sehr gut heute zeige ich euch ein car to service glitch solo sehr sehr leicht die kein bock haben auf den freund macht ihn einfach erst sehr leicht gut das erste bunker geht kurz rein geht wieder raus das zweite was ihr braucht ist eine auto wertstand das ist sehr sehr wichtig und ihr habt jetzt die zwei möglichkeiten teleporten oder holt euch ein kampfhelikopter touchpad zum beispiel seo wie der touchpad seo fahrzeuge und holt euch den kampfhelikopter ich bin mir kurz rüber seid ihr angekommen denkt an ihr braucht jetzt hier solche fahrzeuge sonst könnt ihr es nicht machen was sie natürlich noch braucht sind solche spender fahrzeuge also euch eigene fahrzeuge was ihr machen könnt wenn ihr solche fahrzeuge nicht besitzt nehmt ein formel 1 auto oder ein bennys auto somit habt ihr auch felgen auf solche fahrzeuge wir nehmen jetzt einfach mal durch steigen ein öffnen das handy wie seid ihr habt ihr zwei möglichkeit decks oder toni ich zeige euch beide methode also toni und zwar dritte die pfeiltaste nach rechts und x gleichzeitig xbox natürlich also gleichzeitig wenn jetzt alles richtig gemacht habt kommt unten rechts gleich eine uhrzeit einfach wieder verlassen ihr seht unten rechts perfekt das geht hier einfach zum auto oben links kommen die falters nach rechts fertig ganz 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 leicht negativ ist kann ich jetzt kaufen nein das heißt ihr müsst unten rechts warten bis die uhrzeit weg geht drückt ihr noch mal die pfeiltaste nach rechts passiert das hier deswegen drauf achten kleine planänderung ich sage euch gleich die andere methode wie gesagt die erste ist sehr leicht wir schnappen uns wieder ein auto öffnen das handy rufen diesmal decks an da kommt oben links job anfordern er klickt jetzt oder a reiz hat also bei mir zum beispiel jetzt x und die feiltaste nach rechts wieder raus das gleich wieder hingehen oben links kommt das menü weitest nach rechts und somit wurde das fahrzeug auch gemerkt denkt daran ihr müsst natürlich verkaufen nur das problem ist bei decks es dauert ungefähr 30 minuten bis ihr das auto kaufen könnt ihr könnt es ganz einfach überprüfen geht auf online job ihr seht jetzt hier bei mir ist es ausgegraut wenn der job wieder hell ist dann könnt ihr das auto auch kaufen ich würde sagen leute das war's denkt dran abonnieren liken ich wünsche euch was tschüss